Yo, SPD, wir haben Style und das Geld. Einen schönen herzlichen Tag auch von mir. Wir haben Wahlkampf, da machen sich kleine Kinder auf dem Arm immer besonders gut. Vor allem bei Sozialdemokraten. Ein Schwarzes konnte ich so schnell nicht auftreiben, die haben wir alle abschieben lassen. Aber ich möchte hier noch mal kurz uns vorstellen, wir sind ein Netzwerk von jungen, aktiven SPD-Sympathisanten und Mitgliedern. Wir haben da in den Medien gehört, dass die Jusos hier in Berlin dieses wunderschöne Deutschlandfest, was halt 150 Jahre die alte Tante SPD feiern soll, einfach so boykottieren, weil sie den deutschen nationalen Einschlag nicht leiden können. Das riecht so ziemlich nach den Berliner Jusos, das liegt nach altbackener Sozialdemokratie. Wir sind aber ein junges, ein flexibles Netzwerk. Wir haben uns in den sozialen Medien auf Facebook zusammengefunden und haben gedacht, diesem Verrat der Jusos, diesem linken Gezetertum, dem müssen wir was entgegenstellen. Und ja, so ein 150 Jahre SPD-Fest mit Sam Deluxe und Roland Kaiser, das ist schon eine ziemlich teilte Angelegenheit. Aber wofür steht Berlin? Berlin steht verflucht doch mal für Technoparaden. Und wir haben gedacht, 150 Jahre SPD, jung, frisch, flexibel muss es sein. Wir sind dafür, dass auch so altbackene Wörter wie soziale Gerechtigkeit und Frieden endlich gestrichen wird. Denn wenn die SPD seit 150 Jahren für irgendwas steht, dann für Hardcore-Pragmatismus. Egal, ob es hier nach links oder rechts weht, wir sind immer ganz vorne mit dabei für Deutschland. Und deswegen haben wir gedacht, was braucht die SPD zu 150 Jahren in Berlin? Sie brauchen nicht nur so ein Fest, sie brauchen... Wir sind Kommunisten am Werk. Oh Scheiße. Wir haben kein Style und das Geld Sample. Das bedeutet, wir müssen laufend sagen SPD und ihr müsst dann sagen Style und das Geld. Style und das Geld. Auf jeden Fall wollen wir jetzt zum SPD-Fest ziehen mit so einer richtig coolen Technoparade. Berlin hat es schon immer wieder gesehen. Love Parade, Mediaspray versenken, CSD, echt alle teilte Sachen immer von Sozialdemokraten unterstützt. Wir wollen so ein bisschen Politik machen, aber dabei auch so ein bisschen hier den hedonistischen Berliner Lifestyle aufnehmen lassen. 150 Jahre Sozialdemokratie, 150 Jahre Swag für Deutschland. Und deswegen ziehen wir jetzt los. In diesem Sinne, macht mal Lärm für die SPD, denn die SPD hat Style und das Geld. Style und das Geld. SPD. Style und das Geld. Style und das Geld. Was hat die SPD denn? Style und das Geld. Okay, das machen wir mantra-mäßig, bis wir am Brandenburger Tor sind. Ansonsten haben wir hier einen... An dieser Stelle möchte ich Andrea Nahles einen Liebesantrag, einen Heiratsantrag machen. Ich möchte dich heiraten, Andrea Nahles. Wir müssen noch eine Viertelstunde totschlagen, bis unsere Genossen von der Berliner Polizei uns auf die Straße lassen. Und bis dahin hören wir uns Musik und ja... Tolle Reden an. Feier Deutschland und die SPD. Style und das Geld. Style und das Geld. Style und das Geld.